Wie viel haben wir jetzt davon schon? 64... Ja, wir lassen das jetzt erstmal so. Wir fangen erstmal damit wieder an zu arbeiten. Ist auf jeden Fall schon mal eine Veränderung, oder? Sieht schon mal anders aus, definitiv. Definitiv, genitiv. Wir wollen auch noch so viel davon. So, jetzt haben wir diese panische. Können wir daraus einfach nur die machen? Nee. Machen wir erstmal so. Doch, da geht echt viel von löten. Acht. Wir wollen ja gleich auch noch... Sehr. Haha. Wir wollen auch gleich noch Stickys für das andere. Das heißt... So... Haben wir jetzt noch Stickys? Da unten haben wir nochmal 64. Das war aber, glaube ich, verkehrt. Die kommen nicht dahin. Und... Und... Jetzt langt der vorne und hinten nicht. Hä? War das nicht so? Ach nee. Da haben wir die hier. 21... Ach doch, 21, 21, 21. Okay, super. Das passt schon mal. Äh... Wir haben noch irgendwo noch mal mehr davon, ne? Da. So. 17. Ja, super. Ja, super. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. So. Haben wir fast genug Erde mit dabei. Nein. Dann müssen wir das sowieso nochmal erweitern. Öh. Gibt ja wieder super. Komm her. Ich lasse mich auf einen so wieder. So. Ach. Lecker mio, ey. So. So. Wir können eigentlich hier auch ruhig schon... ...Stuben machen. Ja, eigentlich schon mal ins Allgemeine. Das... Ne, wir machen das aber anders. Dann gehen wir von hier unten. So. 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 Boing, boing, boing. Boing, boing. Ach. Auf Quatsch zu machen hier. So. Erst einmal. Jetzt will ich aber auch gucken, dass... Jetzt ist er ja erstmal hier unten eigentlich. Bis jetzt habe ich ja noch Glück, dass ich noch keinen wieder verkehrt gesetzt habe. Ich krieche auch gerade extra nur. Oh, was war... Weißt du das? Wieso? Wieso hat er das gemacht? Das ist aber schon gemeint, weil ich in dem Moment vielleicht gerade klicke. Dann geht das wieder auf meine Kappe. Hä? Arschgesicht hier. Oh, 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 oh. Jetzt wird es ganz schön duster. Oh, Gott. Ich wollte das doch noch nicht fertig kriegen. Schnell. Okay. Ja. Sieht gut aus. Ja. Mhm. Ja. Super. Ja. Toll. Klasse. Weiter. 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 So. Fangen wir erstmal mit dem kleineren Haufen an. Das, 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 da, 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 da. Oh. Ein bisschen Platz nach unten ist noch. Okay. Hä? Warum? Hat das mit dem Schiff zu tun? Warum? Nein. Da hin. So. Ups. Okay. Oh, da ist Erde. Erde. So. Und bam, bam, bam. Wir legen uns eben kurz hin. Lalalalala. Da, 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 da. So. Das ist schon mal gut. Das sieht schon mal sehr gut aus. So. Wieder meinen So. So. Wie viele Stacks are us- oder haben wir denn jetzt dabei? authentic notbeard? Wir müssen wieso. Jetzt muss erstmal hier hoch. So. Nein. Nicht jetzt. Wenn wir sowieso nicht so viel dabei haben, also. Wir haben schon noch was dabei. Aber... Jetzt ein bisschen weniger... Ich hoffe, das langt jetzt, was wir hier noch haben. Also jedenfalls wird die Seite schon mal. So. Okay. Wie kommen wir nachher wieder da rein? Achso, wir können noch. Genau. Da geht es noch runter. Und später wird es ja überall vor dem hier springen. Nein, ne, wir haben den Balkon auch noch. Ja, den Balkon haben wir noch. Das haut nämlich auch hin. So, da, le und so, da, la. Schalala, da, la, la, la. Was? Warum? Äh. Danke. Achso, hier muss auch einer ran, ne? So. Blub, blub. Okay, er verlangt das schon mal für hier. Das tut's schon mal, das ist schon mal gut. Dann haben wir 50% des Daches gedeckt. Und, so, ähm. Dann machen wir hier wieder einen schönen Rode. Und, so, da, la, la, la. Und, so, da, la, 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 la. So, da, la, 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 la. So, da, guck mal. Hab ich keine mehr? Nein, wir haben keine mehr. Warum? Ach, nö. So. Zack, zack, zack. Echt krasse Scheiße hier, was? Was? Nein. Und, irgendwo ist auch hier noch einer runtergefallen, ne? Wohin, ist die Frage. Wohin? Da. Oh, ich hab's gehört. Ach, doof, ey. Aber wir können das wahrscheinlich von hier zu Ende bauen. Komm, komm. Nein. Millimeter aber hier. Boing, boing, boing. Fällst du auch wirklich runter? Ja, fällst du. Okay, ähm. Dann natürlich die großen Magoni-Gänger genommen. Der Arsch. Das ist zu spät aufgefallen. Dober Batz du hier. Was haben wir mit den Rohstoffen und um uns werfen könnten hier? Echt. Mann. So. Äh. Dum, dum, dum. Aber das hat was. Also so, vom Schauen her, finde ich das schon gar nicht mal. Ist das cool. Boing, 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 boing. Wie viel haben wir denn vor den Rampen noch? Okay. Wie viel haben wir denn da noch? Achso, das ist einer, der übergeblieben ist. Okay, ich fahre noch knapp 100, dann müssen wir sowieso erstmal die Erde abbauen. Das ist auch eine Scheißarbeit. Ich glaube, wenn wir eine Erdhofflinie machen, das hört sich auch an, eine Erdhofflinie machen. Ich würde mal sagen, so, 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 so. Dann könnte das von der Höhe her gut gelangen. Na ja, gut, das ist was anderes. Aber es klappt. Ey, komm her, hier. Hallo? Na, komm her, du Sau. Hey. Blum, 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 blum. So, einsammeln hier mal. Du, 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 du. Ich frage so daher, wenn wir nicht genug Materialien haben. Na doch, dann müssen wir uns von draußen hochbuddeln, sozusagen hochsetzen mit Sand. Geht halt nicht anders. Machen wir so, weil, was bringt das, wenn wir das anders machen? Das ist ja Quatsch. Blum, 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 blum. Da noch längs. So, da leh. Dann haben wir das hier nämlich schon mal fertig auf der Seite. Schon mal cool. Äh, hierher. Bei Fuß. Und dann machen wir uns hier auch schon mal auf dem Weg und bauen uns einfach mal unser Erdding hier hoch. So. Du sollst da nicht so hin. Nein. Gut, da ist die Sonne schon hier unter. Hier im Minecraft ist ja nichts an dem Takt dran. Das ist ja echt erstaunlich. Okay, hier sind immer 6, sehe ich gerade. Plus die anderen, also 8. Wenn wir 10 rein, hätten wir das 80. Also es kann gut sein, dass unsere Schrägen auf jeden Fall, also nicht auf jeden Fall, sonst machen wir noch die eine Schräge hier noch mehr, dass unsere Schrägen vielleicht reichen. So. Nein. Die fällt runter. Natürlich. Ja. Genau. Sehr schön. Super. Äh. Wieso nicht? So, super. Äh. Ich hab da drüber über eine Reihe vergessen. Nicht so super. So. Und dann gehen wir hier noch rüber. Und gehen wir von hier aus hier noch rüber. Und das langt voll der Röhre. Wir haben da mal genug, ohne lange nach produzieren zu müssen. Ich hoffe bloß, wir haben genug. Doch, wir hatten ja erstmal Guni-Holz auch umgewandelt. Das müsst ihr auch noch langen. Ja. Und dann müssen wir sowas einfallen lassen, wegen der Treppe da hoch. Aber, gut. Ich weiß ja theoretisch nicht, wofür wir diesen Raum noch nutzen könnten. Ich weiß ja nicht, wofür wir den anderen Raum benutzen könnten. Was ist das jetzt eigentlich hier? Da haut doch irgendwas eigentlich nicht hin, ne? Das ist natürlich nicht so schön. Wie mach ich das denn jetzt hier oben weg? Achso, theoretisch hätte ich jetzt auch... Wir kriegen ein richtiges Spitz-Spitz-Spitz-Dach hin. Okay. Eigentlich kriegen wir keinen richtig Spitz-Spitz-Spitz-Dach hin. Aber eigentlich doch. Eigentlich nämlich doch. Wenn ich jetzt hier einen ran setze. Das haut natürlich an sich hin, weil hier immer... Ich will immer so machen. Das ist noch nicht so. Und so. Ja, muss ja so. Geht nicht anders. Hat er das jetzt eigentlich umgewandelt oder macht er schon wieder das andere? So aus. Ja, macht er. Okay. Bam, bam, bam. Bam. So. Dann machen wir es von der Seite genau so. Und dann haben wir so ein Spitz-Zulaufendes Dach. Und wir sind perfekt fertig geworden. Weil es fängt gerade an zu regnen. Oh, ja. Ich werde ja noch die letzten Arbeitszüge machen, Leute. Wenn mir das Dach zu ist, und so die Erde nass. Hot. Mist. Blup. Okay, wir können auch ein Stückchen runter hier. Mist. Fuck. Kacke. So. da noch längs gut aua aber nicht so wild aber eigentlich da oben muss auf jeden fall auch diese spitze das geht halt nicht anders das muss ja und da haben wir es auch schon fertig sehr schön boing 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 äh achso ja glaub ich krieg da aber kriegt man da eine spitze hin doch müssen wir ja eigentlich ne wie viel haben wir noch davon haben wir noch genug und davon haben wir echt genug noch und wir haben auch genug Erde zack hallo hier fällt mir auch nicht unter ne ob das mal klar ist Ich mach das hier schon ganz schön spannend, meine Freunde. Nichts runtergefallen? Okay. Das wieder da hin. Quatsch, also. Ähm, das? Hä? Äh. Sieht sehr einheitlich aus. Muss ja auch so. Und von der Seite ist es auch so. So ist auch in Ordnung. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Guck mal, da, da, da. Oh, 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 oh. Ja, ich hab den Schatten. Dann gehen wir hier runter. Plack. Jetzt gehen wir wieder unten. Ah, gehen wir mal hier schön auf den Birsch. Auf den Birsch, auf den Birsch, auf den Birsch, auf den Birsch, auf den Birsch. Ach, wir hätten hier mal ein Loch gebuddelt, ne? Da. Oh, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Was? Wäre etwas dagegen zu sagen. Der kriegt dann noch einen Döns mit der Schaufel hier. Hä? Werde ich nicht gehört haben so was. Gibt's ja wohl nicht. Also echt. Also echt.